ok liebe freunde ich habe noch mal kurz nachguckt so ich habe jetzt ein video von wo einer so ein oktrim macht ich habe nämlich noch mal kurz hergestellt und dachte mir hey cool der trim da der wird ja bestimmt in meinem menü dann angezeigt nein sekunde erstmal im modus 2 b so er sei mich auch relativ easy ich brauche nur stieg ist ein da und dann eigentlich nur sollte das so aussehen sollte eigentlich so aussehen und links und dann die hier die stieg ist jetzt mich verarschen was auch einen in jeder ecke den oder habe ich da was falsch gemacht sekunde vielleicht muss ich so ein kreuz andersrum auch nicht das ja eigenartig so ein video macht er das so ok nein ok trim minecraft so ich gucke jetzt noch mal meine güte ja 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 hör auf zu blubbern oak trim reformte herstellung storage drawers irgendwie will mich das spiel doch verarschen so ja ding ding so haben sich die rezepte jetzt geändert alles was ganz就會 i ishment wits trim tor questions Trimms. So. Hm. Hä? Das ist ja eigenartig. Das ist ja komisch. Warum, ey? Game Mode. Bäm. Sword Straw. Verge Straw ist okay. Ich brauche einen Trim. Oak Trim. So. Ich stelle mir mal einen hin. So. Oder zwei. Bäm. Und. Survival. Bäm. So. Normalerweise. Wenn ich den im Menü habe, dann weiß er ja, was ich da herstellen muss. Oder wie er das herstellen muss. Mann. Ja, toll. Die Dinger darf ich mir ja cheaten, oder was? Hä? Hm. Die muss ich mir leider cheaten. Das ist richtig blöd. Not. Wait. Boah, ich hasse dieses Spiel. Game Mode. Native. Saw. Blödes Spiel. Ich kenne nicht, was ich da von ihm möchte. Anscheinend wird das Rezept wohl nicht. Entweder nicht eingeblendet. Oder. Keine Ahnung. Wo ist es? Irgendwelchen Kunden. Ähm. Hey. So. Jetzt mache ich das aber so. Dass ich das hier hinter. Hochbau. Sieht vielleicht von innen ein bisschen komisch aus. Vielleicht kann ich da irgendwas davor stellen. Oder ich mache das ein. So was. Hm. Mach die einen nach außen. Sieht vielleicht dann noch komischer aus. Aber hier ist mir dein Dinger. Blop, blop, blop. Zack. Zack. Die leiten das dann nämlich weiter nach oben. Hier war das, ne? Ja, komm. Wird schon nix. Hm. Vielleicht guck mal, wie das von drinnen her aussieht. Wir fliegen hier jetzt mal ein bisschen rum. Meine gute, liebe Leutchen. Das. Mann, oh. Nein. Egal. Komm. Nützt ja nix. Das nützt ja nix. So. Aber dafür können wir uns dann jetzt ganz normale Schubfächer bauen. Blop. Ich hoffe, die werden nicht abgeklemmt oder irgendwie sowas. Normalerweise sind die innen miteinander verbunden. Gut. Ah, nee. Halt. Der muss ja eigentlich einmal nach drüben. So, aber damit ich mir das... Man, damit versau ich mir die ganze Einrichtung. Och, Menno. Das ist doof. Nein. Hm. Teilweise denke ich mir halt auch, das Lager hier unten ist ein bisschen zu klein, ne? Ach komm, weißt du was? Wir machen unten ein Lager hin. Das machen wir zu. Oder machen wir ein Badezimmer? Äh, Quatsch. Ich bin dumm. So. Ich bin richtig dumm. Ich hasse mich gerade. Komm, wir bleiben weiter in diesem Kreativ-Modus. Blop, 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 blop. Ey, ey. Hm. Nein. Okay. Wir machen einfach hier unten unser Lager hin. Meine Güte. Zack. Ja komm, meine Güte. Dann machen wir hier einfach so eine Lagerwand hin. Fertig. Weißt du was? Pass auf. Ich bin ja noch im Kreativ-Modus. Wir basteln uns hier jetzt einfach mal mitten in der Nacht. Ey. Einfach nur eine Wand hin. Den. Den. Oder kommen hier einfach das Lager hin. Und hier wahrscheinlich auch noch. Wir machen uns da so ein riesen Lager hin. Das will ich aber mit meinen Ressourcen aufbrauchen. Hm. Na komm. Das Loch machen wir noch im Licht. Dann machen wir. Ein runter. Hol. Ne, Quatsch. Wenn das da dran ist, dann kann er das ja alles verteilen. Oh. Okay. Pass auf. Ähm. Das ist ein langer Weg. Es tut mir leid. So. Ähm. Nein. Vollhorst. Äh. Aber kann da was rein? Da könnte nochmal ein Trichter runter. Und hier könnte auch nochmal ein Trichter drunter. Ups. Das war ein Fehler. Aber dann haben wir ja alles im Lager. Äh. Ich kann nichts mehr einlagern. Alles klar. Plopplop. Aber gut. Für ihn ist es. Ist das Redstone. Das ist das Wichtigste. Okay. Ist das was? Dann, äh. Plops. Plops. Das ist ja die Werkbank. Das ist der Ofen. Und das ist die Steinsäge. Die Steinsäge braucht eigentlich keinen. Äh. Oh. Warten raus. Ding da drunter. Dann brauchen wir nochmal ein paar Trichter. Ja. Äh. Tudatada. Tuhi. Ja. Ruhi. Nee. Äh. Oh. Ich muss es lesen. Nein. Nein. Dankeschön. Ja. Nee. Warte. Äh. Äh. Ah. O2, ne? Mehr Holz. Wir benötigen Holz. Wir benötigen mehr Holz. Oh Gott. Ah, wo war das noch? Hier. Ah, Stronghold. Genau. Wir benötigen Holz. Sire. Wir benötigen mehr Holz, Sire. Ach, schön. Okay. Den können wir eigentlich, glaube ich, den da dran knüpfen. Ah. Yes. Oh, klasse. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch Unmengen an Holz. Und Kisten. Und zwar will ich diese 2x2 haben. Ich sehe gerade die Menge an Materialien, die wir im Inventar haben und ich direkt verzweifle. Okay, wir schmeißen das noch mal raus. Plopp, plopp. Hey. Ich brauche dich noch mal ab. Denk noch mal da dran. Alles hier raus. Steine. Die kann ich eigentlich noch gebrauchen. So, das, 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 das. Ne, das Eisen kann ich eigentlich gebrauchen. Problem. So. Alles aus dem Inventar raus. Oh Gott, oh Gott. So. Jetzt jettet los. Hälfte. Bams. Nein. Okay. Hier bestimmt eine ganze Menge an diesen, äh, von diesen Outdraws. So, wir machen uns 10 Truhen. Okay. Wow. Zwölf Stück. Okay. Noch ein paar mehr. Achso, das sind die Einfachen. Okay. 2 mal 2. Okay. Noch mal ein paar Truhen. Bams. Das waren alle? So, ich brauche noch mal ein bisschen mehr Holz. Bams. Ich habe die ganze Zeit auch eine falsche Taste gedruckt. Meine Güte, was ist denn los heute mit mir? Äh, so, wir haben ein Truhen, wir haben die, wir haben die, wir haben die. Äh, die. Äh, die. Dann, äh, die. Okay. 28, mache es mal reichen. Mach wohl erst mal reichen. Bloß gut, dass die Dinger so einfach herzustellen sind. Äh. Und er fängt schon mal sehr schön an, die ganzen Sachen einzulagern. Die, die ich natürlich sehr schön finde. Äh, okay. Habe ich unter meinem Haus einfach mal eine riesen Lagerwand. Was ist das hier eigentlich? Wer hat das da hingebaut? Ist wohl noch ein altes Überbleibsel von mir. So. Ähm. Jetzt mal gucken. Eigentlich. Eigentlich. Hier drunter eigentlich auch nochmal. Bah. Autsch. Einen Trichter machen. Und zwar dann zur anderen Seite hin. Das scheißt. Braucht nochmal. Können wir nochmal einen Trichter? Da. Das läuft. Leute, das läuft. So. Bams. So, jetzt holt er sich natürlich die ganzen Sachen erst mal hier raus. Oh, schön. So, und da sich das ganze Zeug da ja auch richtig gut drin stapeln lässt. Oh, geil. Ne, immer wenn er was Neues findet, schmeißt er das irgendwo erst mal rein. Das werden wir, oder werde ich demnächst mal offscreen so ein bisschen sortieren. Oh, geil. Schmeißt er natürlich jetzt die ganze Kohle rein. Die ganzen, da ist zum Beispiel Holzkohle. Da ist nur Holzblock. Äh, Kohleblock meine ich. Oh, ist das geil. Ich stehe es geil. Oh, ich stehe es geil. So. Da wir ja jetzt nicht doof sind. Äh. Wir könnten hier jetzt theoretisch nochmal einen Trichter runter machen. Hier nochmal eine Kiste drüber. Und dann sagen, hey. Oh. Wir können ihm sagen, hey, pass mal auf. Ähm. Doof. Ich habe keine Holzpalken. Okay. Slaps. Habe ich noch Slaps? Hm. Ja gut. Ist wenigstens zu. Da mache ich gleich nochmal zu. Mit Brenn... Äh, mit Stämmen. Stein, Stein. Sing, das Ding. Ne, den Eisen brauche ich noch. Gold kann gleich mal durchbrennen. Bressen. Brot, Kohle. Seile, das Eisen. Rolle. Gut. So. Und da kann nochmal Gold rein. Wir... Lassen das Ding jetzt mal richtig arbeiten. Im Drohr. Warum habe ich da drunter eigentlich eine gemacht? Ich habe keine Ahnung. Fällt er jetzt weg? Ja. Das ist sehr schön. Das ist richtig toll und richtig schön. Oh, oh, oh. Ich freue mich gerade mit ein kleines Honig rum. Und der ganze Kappes läuft jetzt hier durch. Wird demnächst dann sortiert. Und dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich schon fast fertig. Oh, schön. Ich freue mich gerade. Und dann würde ich sagen, auch an dieser Stelle, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir solche nach oben. Auch wenn es gerade ein bisschen langatmig gewesen ist. Und... Vielleicht ein bisschen schwer und... Doof. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Geri. Tschüss. Tschüss.